Jo Leute, in diesem kleinen Video möchte ich euch heute eine Art Petition für Star Wars The Clone Wars zeigen und dann kläre ich noch meinen persönlichen Namen auf. Das wurde ja zu 85% zu 14% geklärt, dass ihr das wollt. Und keine Sorge, der 1% wurde nicht verschluckt, das müsste von der Rundung her kommen. Vielleicht habt ihr ja im letzten Video den Kommentar von Bring Back The Clone Wars Series gesehen. Er hat auch schon drei Videos veröffentlicht, die das Ganze noch ein bisschen bekannter machen sollen, aber sein Hauptaugenmerk liegt erstmal auf Twitter und Instagram. Und das Ganze funktioniert so, er möchte halt etwas bekannter werden und viele Hashtags zu diesem Themengebiet verteilen, damit eventuell irgendwelche Star Wars Producer darauf aufmerksam werden. Das sind zum Beispiel Hashtags wie Bring Back The Clone Wars Series oder Finish The Clone Wars. Das Ziel ist halt, dass die siebente Staffel ausgestrahlt wird. Die ist eigentlich schon gemacht worden, es fehlt halt nur noch die Bearbeitung. Kann man gleich auch auf YouTube sehen. Sieht etwas anders aus, aber wie gesagt, es fehlt ein Feinschliff. Und auf Instagram sind es bereits fast 2000 Follower. Also ihr könnt ja bestimmt heute noch locker die 2000 voll machen. Und auf Twitter leider erst 60. Aber ich wollte halt meine Reichweite noch nutzen, um weiter darauf aufmerksam zu machen und um die gesamte Star Wars Community etwas zu fördern. Und die drei Links zu seinem Kanal, zu Twitter und zu Instagram sind in der Beschreibung verlinkt. So und jetzt noch kurz zu meinem Namen. Mein Name lautet nicht Kit, sondern Laurin. Der Name ist erst seit kurzem im Deutschland populär. Und Wikipedia sagt auch, dass es der Name eines sagenhaften Sphärenkönigs war. Und der Witz ist ja, dass ich fast 1,95 Meter groß bin, ne? Also passt. Und nein, nicht mit A, sondern mit E wäre es ein Mädchenname. Puh. Geh verpiss dich, mein Bruder. Ich brauch dich nicht. Ich will wissen, wo du bist, wenn ich irgendwann im Bau sitz. Ich will wissen, dicker, wo deine Kurs längs waren. Ich will wissen, wo deine Kurs längs waren.